auf euer die berühmte ist wird es ja blöd deswegen kann man nicht reinfallen es ist ja voll geil das ist ne firma alter ich fasse mal an die pinke scheune ran an die pinke scheune ich wollte das ja gut ich mache damit mal ein Foto auf hinten Ness, 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 ness. Ness, 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 ness. An die fiese pinke Scheune. So, ich mache ein Foto von der pinken Scheune. Oh, da sind sogar Sachen angegangen. Alter, das ist geil. Schaut mal, was in den Gewächshäusern drin ist. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg da. Alter, ist das geil hier. Das ist so geil. Der Karsten ist ein Dreck. Ihr müsst doch mal gucken, was in diesen Feldern da drin ist. Ja, du hast jetzt hier genug geguckt. Jetzt bin ich dran. Fahr da weg. Ja, ihr könnt's durchfahren. Fahr da weg. Nein, ist nicht. Noch ist. Dann häng ich hier fest. Ich will aber auch so ein Thumbnail. Ich will nicht, wie ich will. Alter, der ist so gar ein Mensch. Schau mal, da vorne steht ein Mensch auf Kisten. Oh, ich häng fest jetzt hier. Nee, noch mal außen. Ach so, ja, okay. Da ist die pinke Scheune. Ja. Pinke Scheune von dir. Wir halten uns an unser Ziel und so. Ich will hier, genau hier will ich jetzt ein Thumbnail machen. Ich will auch das haben, du mir da pinken Scheune machen. Ihr geht da weg da. Du musst auf die andere Seite. Oh, hallo Schild. Du bist ja ein sehr massives Schild. Hier ist falsch, ne? Ich muss das von der anderen Seite machen. Ich muss einmal drehen. Ich muss eigentlich andersrum. Einmal drehen. Bin schneller. Ich war doch, wie geht's, Gewächshaus. Geh weg da, Julian. Na, das ist ein Trailer. Kann ich da durchfahren? Ist hier vielleicht auch ein Aachen-Trailer, man weiß es nicht. Ha, 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 ha. Na, war das lustig. Ja, ha, 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 ich war sehr gut. Guck mal, eigentlich nicht. Jetzt trifft sich die Chaoten-Mafia, um das Gras abzuholen und das Koks, ne? Ne, ne, wir wollen nur geile Thumbnails machen. Dafür sind wir hier. Wir sind Thumbnail-Huren geworden. Scheiße, ist das Ding pink. Alter. Welcher Norweger war denn da dran, ey? Alter, das ist mal geil. Boah. Das ist der Hammer. Ich stelle mich da ein bisschen auf die Wiese hier. Ich zoome jetzt mal so ein bisschen hier mit rum, das ist auch voll geil. Der Julian will ja eh immer auf Wiese gehen. Ja, auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Ah, das ist schon sehr pink, ja. Ich will den Josch fotografieren. Ich bin dein Josch-Stalker. Das ist voll geil. Nein, Josch-Stalker, ich werde Josch-Stalker. Boah, das ist voll die Highlight-Aufnahme hier. Ha, ich hab dich noch erwischt. Uh, das ist auch gut. Das nehme ich, glaube ich, als neue Stumpt. Den Gescheune. Ne, das ist alles in der Pink-Gescheune, das ist euer Ernst. Aber ich finde das Stumpt trotzdem cool. Die Stumpt ist halt ein Point of Interest. Ein Poi? Ein Point of Interest. Ein Poi. Ein Poi, Point of Interest. Ja. Was machst du da? Wer? Mario. Komm, hab ich mir jetzt schon mal eine Motorpfiffen zu? Das wird nix, Mario. Ne, weiß ich. Fahr mal näher an den Majoran. Ah, der ist schon so alt. Echt? Ich hab' ich noch nie gehört. Der ist schon uralt. Ich hab' ihn noch nie gehört. Wo er alt ist, ja. Wenn die beiden sich da kämmeln, fahr' ich einfach mal durch hier durch und fahr' da raus. Hier kämmelt sich gar keiner. Hier, wir sind ja liebe, nette Menschen. Und sind in der Non-Collision Zone, von dem aus das... Ah, der ist voll das geile Vegetations-Salatzeug. Harsten, fahr doch da mal raus. Warum? Damit ich auch aus der Non-Collision Zone raus kann. Ich mach' aber Thumbnails. Weil, wenn ich jetzt in dich reinfahre, dann mach' das Peng. Aber ich mach' Thumbnails. Fahr mal andersrum raus. Mach' Thumbnails. So, ich hab' ein paar Thumbnails gemacht. Und ich geh' jetzt was... Ich ess' jetzt was, während ich hoffe, ich warte. Mensch, Mario, klasse hast du geparkt. Mensch, ärgere ich nicht. Ah, das ist geil hier. Tut mir neuer Lieblingsspielplatz. Sagt der Josch, ey, da fahren wir hin. Ich wusste gar nicht, dass man hier hinfahren kann. Naja, ey, das ist... Welche Sachen immer mit Josch erlebt, das ist also... Boah, ein Burner. Und so. Welche Sachen man hier mit Josch erleben kann, erleben sie jetzt. Ich hab' mich so'n bisschen festgegangen. Nein! Verdammt! Nicht schon wieder. Och, nee. Das ist aber sicher euer Ernst. Ah, jetzt, jetzt hab' ich's geschafft. Äh. Johann, wo fährst du denn lang? Ich hatte gehofft, das klappt. Nee, das klappt hier nicht. Nee, es ist ein ETS, kommst du da nicht weit. Und doch, wenn der gekommen ist, was ich gedacht hätte. Oh, das ist... Alter, diese pinke Scheune, ey. Ich komm' hier nicht, das gibt's auch nicht. Warum geht das nicht? Der Mario kommt nicht, gut, das ist... will ich es eigentlich wissen, aber okay. Ja, das sieht ja mal mega cool aus. Voll geil, gell? Ich mach' gerade so, so Aufnahmen von, äh, schräg unten. Von meinem LKW, ja, im Fotomodus. Ich leg' die Kamera quasi auf den Boden. Ja, ja, mit groß oder mit kleinem FOV. Groß oder kleiner FOV. Weiß ich nicht. Das ist das erste Regler, damit kannst du zoomen. Das ist recht cool. Dann kann man so... In beide Richtungen gibt es eigentlich ganz geile, äh, Dinger. Ja, ich seh', was du meinst. Also entweder ganz nach an und dann so Fischei oder weit weg und dann ganz, ganz stark reinzoomen. Das hat auch was. Ich mach' auch Fischei. Was, Alter, ja, da kann sich Kaviar leisten. Nee. Wegen Fischei, versteht ihr. Oh, du kannst sogar noch Filter drauf machen, du. Ah, diese Steine hier, jetzt komm' ich hier nicht raus. Dieser Stein. Ja, einer dieser Steine, das war ja anders. Kann mich mal einer ein bisschen schubsen? Ja, der James, der Kerl, dann guck' ich. Ja, ich glaub' ich schon. Nee, ich glaub' hier nicht. Doch. Doch, innerhalb der Scheune ist noch ein Collision-Zone. Das sieht ja mal mega nice aus. Oh, ernsthaft, hab' ich mich jetzt wirklich da festgefahren? Ja, hab' ich. Ist das geil. Ist das geil. Geil, Jäger. Ich hab' den Fotomodus alles machen kann. Ich hab' jetzt gerade so cool bearbeitet, das dann, ne? Ja, eben, das ist das coole an dem Fotomodus, dass der cool ist. Ich guck' da noch mal rein, das ist bestimmt voll interessant für die Zuschauer. Oh, das hat aber auch was. Kann ich die Scheune hier so von... Oh, da ist ein Fügel. Leute, ich glaub', wir sollten mal langsam weiterfahren. Ich komm' nicht weiter, ich brauch'n Schubser irgendwie. Du bist aber in einer Non-Collision-Zone. Wenn ich Glück hab' nicht. Ey, wie kriegst du nur Filter hin, Jatak? Äh, du kannst unten, kannst du die Farben einstellen. Ach so, dadurch Filter. Ja, damit hab' ich aber schön was gemacht, damit kannst du schön arbeiten. Das ist genau zwischen zwei Steinen fest, glaubt man's. Guck' mal. Das ist auch ganz geil. Ist ja schon sicher, was er da macht. Wenn du mit den Farben so ein bisschen arbeitest, kannst du einiges schaffen. Das stimmt. Boah, da kann man das pink voll geil rausheben. Ist überhaupt noch jemand in meiner Nähe, der das hier sieht? Ne, ne? Ne, exklusiv auf Mayos Channel. Ja, super, mein jetzt. Jatak 81 anrufen. Was bedeutet die Zahl dahinter eigentlich? Warum bin ich Jaja276? Weil du die Position auf dem Server bist. Ja, ich komm' tatsächlich nicht mehr raus hier, ey. Oh, da ist ein Mähdrescher, kann ich da hinfahren? Jatak 81 anrufen. Leute, äh, ich will ja nicht sagen, Ja, wir haben's halb elf. Echt? Ja. Wir sollten's vielleicht irgendwie mal weiterfahren. Wir haben noch ein bisschen was. Ja. Du, Julian, sag das nicht mir. Doch, ich lass mich nach Eisberg bringen. Wir treffen uns in Ahlberg. Ich fahr dann den normalen Weg. Ja. Okay, ab dafür. Na, 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 na. Jetzt kommt der Carsten auch nicht mehr weiter, oder? Nee, also eigentlich hab ich da nö. Carsten, hast du dich jetzt auch festgefahren? Nö. Was macht der denn da jetzt so? Man fährt nicht so tief rein. Ach so. Carsten, wenn du auch nach... Man geht nicht dahin, wo so tief ist. Carsten, wenn du nicht mehr rauskommst, sag Bescheid, dann warte ich den Eisberg an der Welt. Nee, nee, der Carsten kommt da raus. Nur, nur, es gibt ein paar andere Kandidaten. Wer denn? Nein, James. Ah, nee, der fährt aber auch raus. Wunderbar. Na, klappt der wie im Schnür schon hier. So, Carsten, weiterfahren. Carsten, weiterfahren? Hast du nicht gehört? Weiterfahren! Carsten, Carsten, ja, fährst du weiter? Seid feiner, Carsten. Komm mal hier. Komm doch mal hier. Ich krieg das gleich noch hin. Komm doch mal hier. Ich krieg das noch hin. So. Aber jetzt haben wir was gesehen, wo ich noch fast keine lang gefahren bin, weil hier im Prinzip einfach ein längerer Weg ist. Ich würde behaupten, der Carsten kommt da nicht mehr raus. Soll ich warten, Carsten? Du, Carsten. Fährst du mal. Carsten, soll ich warten? Nee, nee, nee. Wir fahren nur sehr parallel. Oh, ja. Kommt er nicht mehr raus? Ja, hat er sich festgefahren? Nee, nee. Wir fahren immer noch parallel nebeneinander. Du kannst gerne losfahren. Ich fahr nur nebeneinander. Er versucht nur die ganze Zeit, mich umzuwerfen. Ach so. Und wie wir sehen, funktioniert das Umwerfen. Oh, da kommt uns einer entgegen. Total. Hallo. Ja, dann solltet ihr eventuell auf eure Spur wechseln, liebe Kinder. Oh, jetzt ist er ganz kaputt. der er geht die Repo Porto Toto Torte Dichter das geht mein Motor nicht mehr an ich krieg die Fähne linke mal auch von der Idee geht es gar nicht mehr er Kasten soll ich warten ja der könnte ja wie was wenn wir mal fahren oder so ich kann ich bin hier schon hochgefahren die Kurve er Kasten ansetzt zurück ich versuche das jetzt so ein paar die haben blaue Kondome an die 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 um wenn die Häublein diese Häublein genau laukenlobe ja 8 kommt jetzt da hat gewusst was ich meinen das finde ich eigentlich das ist super feiert zurück du setzt dich zurück ja dann warte ich dann fahr nachher den rechten also aus der Werkstatt raus rechts und dann an der Kreuzung auch wieder rechts warte dann hier auf dich keine Ahnung ne ich fahr den anderen Weg welchen ja meine ich doch den schnelleren den ich jetzt auch gefahren bin oder willst du wieder an der Scheune vorbei ne ja dann fährst du jetzt an der Werkstatt rechts raus und dann hältst du dich und dann an der Kreuzung wieder rechts da sind wir sonst links gefahren so 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 liebe Zuschauer hört ihr den Wind rauschen hört ihr den Wind wenn der Josch mal die Fresse halten würde nö 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 das ist das Let's Play das wenn wir mal haren würden der Faktor ja die gibt es der Kasten der Gäbze es muss seitdem sich oder anders zu 1 1 bei 10 hierher im Kuhl ist ein Bär ist vor uns soll die Breitner ich hier ist es schießt es will sie vor das müssen losgefahren das erwartet mich schießt das Wettbewerb der Lüge sie sie wartet nur auf vor allem das wartet auf uns der Käse der Käse wartet auf ein Pieck 1 als wenn ich jetzt hab wenn ich jetzt um Schiff drücke oder Tab drücke sich die Liste gar nicht warum du musst nur aus der Schöne hier war ich verpasst was alles in Brücke und ein Offshore-Windpark Leute wo seid ihr und eine nicht elektrifizierte nicht elektrifizierte Eingleisige Strecke Wann seid ihr denn an mir vorbeigefahren? da fahren wir noch voll die coolen Züge Wann seid ihr an mir vorbeigefahren? Boah ist der schnell der Karsten Leute Wir sind hinten rum aus der Schöne raus Ihr seid doch Pisser Wir sind hinten rum Ich stehe hier und warte auf euch Nein du musst fahren Ja super Sie ist echt sehr scheiße Jojo fahr doch mal los Ja ich fahr jetzt bis Arlburg so I have made the Navigation an Demnächst rechts abkürzt Ey du hast abgekürzt das macht man nicht Ja ich hab abgekürzt ich hab auch das Schild mitgenommen beim abkürzen Na Strafe Cool War die Windparkdinger da die werfen sogar Schatten auf das Feld Hammer oder? Ja ist schon geil Ey ist schon geil Ist schon geil Ist schon geil Guck mal hier sind Winddinger Ich bin schon geil Nein Aber Winddinger sind da Was? Mario wenn du weißt doch Was du letztens gesagt hast Wenn du geil bist Dann denkst du an das was Wolle dir geschickt hast Und dann bist du das nicht Ja warte ich guck mal Ich guck mal gerade nach Da kommt auf einmal ein sehr kleiner böser Kreisverkehr Ich wollte es nochmal gesagt haben Mhm Das wird mir eine Woche noch sagen dürfen hier Gibt's gleich noch was zu lachen wenn ich meinen Trailer abkürze Ja und wenn ihr euch fragt wer Wolle ist kommt auf unseren Teamspeak Genau wenn ihr wissen wollt wer Wolle ist dann kommt auf den Teamspeak Ja und dann fragst du dich wieder wer ist denn das der da jetzt gekommen ist Den kenn ich ja gar nicht Den kenn ich ja gar nicht Den kenn ich ja gar nicht Wo bist'n du jetzt? Wo bist'n du jetzt? Wo bist'n du jetzt? Du bist ja so schnell Ja wo seid ihr denn so? Du bist ja so schnell vor Upp Was denn? Ja ich doch so Waja du willst mir was tun Ja ich tue das jetzt bei dir und dann schmeiß' ich danach den James Ne übst bei James Ne übst bei James Ich weiß nicht weil ey ich hatte die gleiche Position wie du ey Oh ihr habt Überstellung gesprochen ja Ja Haasen Ja was denn? Das ist können Ach das war glückwörder Nur in Ruhe mit dem Josch Es war kurz davor das war aber nicht Richtig Glück ihr was hat das blockiert Auch wenn es so schnell das dritte wäre ist egal Ist egal Es war donnerstag aber ist egal Hab ich ein Schwein? Ich wäre fast in der Kurve umgekippt Die Leitplanke hat mich gerettet Hast du ein Schwein? Hab ich ein Schwein? Was lernen wir daraus? Man lernt auch daraus dass man bremsen kann und dann auch gar nicht mehr den Schwein braucht dass das Bumsfall einen rettet Das ist egal Das ist egal Das ist egal